Guten Tag, liebe Leute. Oh, jetzt wollte ich gerade einen Gegenstand verwenden. Äh, Party. In welches Gebiet würdest du gehen? Hä, lol. Erstes, drück die Taste ein, Seite wäre epischer Kloster. Wir, genau, wir gehen jetzt Kloster, beziehungsweise Seenruf hilft mir. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Wird weit auf jeden Fall. Da wir das zu zweit machen, aber man findet sehr schlecht eine passende Gruppe. Und die Indie macht Spaß. Und die Indie ist cool. Muss mal ganz kurz gucken, habe ich den Sound, ja Sound. Warte mal, ist in Ordnung, gut. Da haben wir eigentlich alles. Ja, ich weiß, du musst auf mich warten. Bist du immer noch im Ladescreen oder was? Nee, nee, nicht mehr. Ja, hast du. Kannst du die da ansprechen? Ja, was soll ich bei der Chexys? Da kriegt zwei Wasser, aufheben. Ah, okay. Bei Wasser. Für später, eventuell. Ah, okay. So, sagen wir mal hier ein bisschen mitcasten. Ganz alleine muss das ja nicht machen. Ach so, ja, pullt gleich den ganzen Raum. Na ja, wenn schon, denn schon. Ja, Sehenruf ist gerade dabei, äh, 30 Wochen Ruf zu farmen. Ja, ja, ich werde 22 Stunden am Stück dann. Und jetzt, drei Stunden später, ist die Aufnahme. Leck mich. Ja, fünf Stunden. Und aufheben. Was aufheben? Ich, ich hab hier nichts. Aber falls du hast. Ja. Hör auf mich zu mobben, ey. Mach ich doch gar nicht. Ja, mit seinem Pissschild. Ich mein, der hier, wegen seinem Pissschild. Ja, der ist recht ätzend. Der hat sich später in ein anderes Papiergebiet auch noch. Die ganze Zeit. Ja, wenn, wenn ich da überhaupt reingehe, war. Das ist... Irgendwann wüsstest du hingehen. Wegen PvP-Equipment. Ja, gut, aber ich werde wahrscheinlich nicht, äh, 50.000 Stunden irgendwas farmen, also. Wegen das hier, Moment. Ich hab sogar Post. Yeah. Das ist PvP-Equipment. Das sieht schön aus. Naja, Platten sieht besser aus, wie immer. Ja. Und hier. Yippie. Yeah, Bunny One, geil. Die brauch ich auch noch. Was machst du denn da? Lol. Musst du mich verarschen. Na, geil. Sweet. Kannst du damit... Ist nicht wahr. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich gehe in ein Anfangsgebiet und hau... Hasen, Alter. Wie hast du, ob wir auch die verwandeln? Richtig geil. So, Sehnerruf, Mama. 15 Minuten, eine... Sonst, egal. Aber... Sieht recht lustig aus. Ja, sieht echt cool aus. Muss ich mal sagen. Äh, okay. Lol. Sehnerruf. Ja. Ey, ich bekomme nicht ein Loot. Hast du da irgendwas eingestellt oder so? Ich weiß es nicht. Äh, schlechtige Monster, weil die da... Der hier, der mich verfolgt, die sind recht schwach. Sehr, sehr schwach. Sehr, 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 sehr schwach. Okay, wenn du es sagst... Mal gucken, ich mache es anders. Ich weiß, es wird angegriffen, die gerade ist egal. Nein, ich will die nicht geben. Äh, Alter, du stirbst. Und so. Ach, ich doch nicht. Ich habe ein Schild. Der mir keine Verteidigung gibt. Das ist, äh, schlecht. Digger. Ja, ja, ja. Das wird auch mein Spaß. Ja, ja. Ich will das Ding aber hier schaffen. Ja, das schaffst du schon. Ich habe es auch schon zu zweig gemacht. So, und den Boss wirst du lieben. Der erste, der Boss ist das schwerste von der ganzen Indie. Ich war schon im Keller drin, nur dann hat irgendwie meine Gruppe da irgendwie Müll gebaut. Dann weißt du, wie das funktioniert, oder? Ja, ich laufe nur weg, also das... Ja, super. Äh, später bin ich zwar gestunnt, sehr schön, aber du läufst weg, anstatt ihn zu schlagen. Na, danke schön. Ja, na klar, das ist... Ich bin ja hier nur so ein Tourist, gell. Also, ich mache hier nur Seat Signing Tour und das ist fertig. Ja, du weißt trotzdem, wie das funktioniert, teilweise. Ja, ich finde ihn aber recht cool gemacht, also den Gegner. Der ist auch cool, ich mag die Indie voll. Ja, guck mal mal in der Zeit den Chop an. Der Chop lädt überhaupt nicht. Das ist nichts Neues. Ja, gut. Schade. Hätte ja sein können. Hätte die dringende Aufnahme nicht. Ach, nee, glaube ich nicht. Kann er sein. Das ging eigentlich in anderen Aufnahmen auch, aber ist ja egal. Wenn er nichts Neues gibt, bräuchte ich den ja nicht. Oh, wir haben Loot. Einen. Ja, super, Loot. Da, Mysterious Metall. Da brauchst du 125 oder 135 Stück. 135 Stück. Ja, für, ähm... Das PvE. Bringen sie den Hamm-Sitz und für die Kette. Okay, gut. 135, das ist schön, denn ich habe gerade mal zwei. Das ist, äh... Und bin trotzdem noch nicht mit einem Schiff fertig. Ich will wirklich nur noch diesen Mount haben. Dann ist mich das konstant geüchtert. Und brauchst du nix mehr machen. Aber ich habe alles durch. Jeden Scheiß-Gegner und alles. Equipment ist fertig. Brennt, meine Freunde, brennt. Aber es geht eigentlich recht flott. Wollen wir mal sagen, kann ich nicht meckern. Oh, au, au, au. Oh. Ja, nur blöd, immer wieder. Leckerlis. Oh Mann, ey, das kann ich irgendwann nicht mehr sehen. Was? Äh, die Leckerlis. Ja, willst du, äh, gerade viel ich habe? Zu viele wahrscheinlich. Garte einfach mal. 5000. Knapp 800. Ja. Da kannst du... Das habe ich alles gestern gefarmt. Ja. Also ich gehe, ich gehe ab und zu nochmal aufs Klo oder so, aber... Nee, ich habe gestern gar nichts gemacht. Gar nichts gegessen. Wie bei South Park. Mama Schüssel, ja. Das sowieso. So hört sich das doch aus. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier die Nonne pulle. Oh, ich mache auch Schaden. Das ist mir egal. Das ist nicht bewiesen. Ja, aber nicht. Das wird hier in den... Ah, leider fällt die Musik hier immer aus. Schade. Ui. Ist dir denn gut überhaupt? Ah, jetzt habe ich gelootet. Du Arsch. Super, ich habe zwei Metalle, die ich jetzt wegschmeißen kann. Das ist schön. Sonst hätte er beide in sein Kostüm weggeschmissen. Ja, du siehst auch ein bisschen SM-mäßig aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, die ist trotzdem, die Platten sieht besser aus. Aber du bist auch nicht kurz dauernd. Man sieht ja nicht von hinten, wenn ich laufe. Oder mein Höchstchen. Überhaupt nicht. Oh, jetzt kommt schöne Musik. Das sind wir blocken. Aha. Immer blocken. Gut. Das sind wir blocken. Auch später mit einem anderen. Und weg, wenn man dann sowas macht. Ui. Friss. Null Schaden. Weißt du, wie viele Meteori ich gestern abbekommen habe im PvP-Gebiet? Alter, der ist ja gleich tot, Alter. Du hast mich gerade schrocken. Eui, ich habe dich doch getroffen. Oh, jetzt. Jetzt wird es cool. Auf alle Fälle. Geschlechts-OP. Ja, das ist hier instant Weiblichkeit. Guck mal, so alte Knacker, ne? Und dann? Boah, jetzt ist hier so, muss das Kostüm aussehen, Alter. Ja, ne, das ist wirklich cool. Würde ich sogar 20 Euro bezahlen dafür. 20 Euro würde ich dafür bezahlen, wenn man so geil aussieht. Ohne Scheiß, Mann. Wieder blocken, auf ihn hat er. Ja, ja, na du. Sonst. Ich mach den Null Schaden, Alter. Ohne Scheiß. Weil ich kann es mir einfach nicht mehr davon getroffen sein. Das ist der Match. Oh nein. Ich will hier gar nicht so nah rangehen, an die alte Oma. Die kippt doch schnell um. Und ich kann nicht deutschen. Juhu, ich hab ihn dort drauf. Und am Pult wie noch sowas. Ach du Kacke. Ja, vielleicht kann ich den zu mir holen, ne? Ach, das klappt gar nicht. Ne, ne, ich muss so warten, bis Zechi wieder geht. Außen aktiviert. Nicht geil. Vorher ist jetzt so nicht erfüllt. Boah, ich trau mich gar nicht. An die Rande, ey. Boah, am Friss. Also wirklich, ich will mich dazu wieder heilen. So. Na, lauf mal ein bisschen hin und her. Boah, yeah. Uuuh, weg. Ich muss den Angeln kennen. Uuuh. Und wieder getroffen. So viel zu selbst teilen. Ach, ich mach den Solo. Oh scheiße. Na, ich glaub, im Spiel von dem Dott wirst du sterben. Wär ich? Ja. Wenn ich nix mache, dann ja. Ja, gut. Aber davon bin ich... Davon bin ich ja jetzt nicht ausgegangen, dass du nix machst, ja? Ach, warum denn nix? Ich bin der Bade der Gruppe, okay? Der Bade? Stimmt, der Bade, genau. Also ich unterstütze dich gleich für Musik. Stürb. Es gibt ja vier neue Gitarren, ne? Bitte? Vier neue Gitarren gibt es. Das ist klasse. Binder. Das ist cool. Hat so ne ganze... Hier. Oh, 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 oh. Bands aufmachen. Nix Gitarren. Oh, oh. Agro Reset, oder was? Kann ich dir nicht sagen. Ich war bei einem Sektar. Ja. Uuuh. Agro System zu blocken, 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 blocken. Ha! Bam, Alter. Oh! Bitter, das war geil. Bam, oh! Ja, da muss man aufpassen hier bei der Bitch. Oh. Ich zieh's einfach nur in die Länge, mir nicht. Kannst du ja nicht angreifen, wenn es in der Luft ist. Oh. So. Komm her und schlag sie, schlag sie, schlag sie, schlag sie. Schlagen, schlagen! Warum? Ich kann keinen Stun setzen. Ich kann keinen Stun setzen. Natürlich. Irgendeinen Stun. Drei Auto-Attacks, oder vier. Das ist ein Stun-Ext-Beispiel. Brauch nicht. Blocken. Was siehst du? Hättest du ein Damage sparen können. Böse, böse. Schöner Speer. Mann, du alte Oma. Blocken. Nee, doch nicht blocken. Ja, schön. Hab sie flachgelegt. Noa, geil. Friss Feuerball, Alter. Ach. Ui. Ach du, Bitch. Blocken? Äh. Oh, jetzt geht's wieder da los. Jetzt komm' da runter. Warum hat er nicht angreift? Die ist er dann negiert. Schlagen, schlagen, schlagen. Ja, ich bin oder? Nee, nicht, dass du wieder wegrennst. Weil das ist immer so. Alle rennen weg. Egal, ob hier oder in Ewig-Modus. Immer rennen alle weg. Und haufe ich nicht die Klerik, weil die ja meistens hinstehen. Ah, jetzt kommt das ja, stimmt. Was bitte? Äh. OE-Attack über die ganze Mab-Stora. Die erhöht sich jedes Mal, wenn du Damage kriegst. Nein. Weihwasser nehmen. Nein. Es kann passieren, dass du später 200 Damage pro Sekunde bekommst. Wir müssen ihn töten, so schnell es geht. So. Der Doppe lässt so lange, wie sie jetzt sind. Boah, fuck, alter. Du kriegst noch nicht viel rein. Sie ist auch fast tot. Mal hin. Alter. Uff. Oh ja. Ich hab hier bekommen. Eigentlich wär's was für dich, ne? So. Jetzt kann ich auch ingame Gamer sein. Ui. Er bebt. Ich stinke. Ih, Folzen, alter. So, ich fress mal kurz. Ich bin Gamer. Ja, friss das. Ah, los. Kannst du eine machen. Ging doch recht gut. Ah, mach mal da bitte all clear, ja. Was machen wir? Also, den ganzen Raum. Nicht, dass ich da irgendwie aggro ziehe oder sowas. Das war bei der letzten Gruppe so. Die sind da immer. Kannst du schon runterkommen? Ja, ich komm doch runter. Ich bin Mage, man. Was soll ich denn im Nahkampf, man? Du siehst, hast du auch Nahkampf attackt. Spielt ja, willst du auch nur im Nahkampf machen. Ne. Was haben wir denn da drauf? Ist da eigentlich Käse? Ne. Mh, mh, lecker. Cheesy. Was willst du überhaupt machen? Wirst du alle Mops töten? Wirst du am meisten überspringen? Ja, nur die Agro-Mops, gell? Töten. Also, nur das nötige. Ja, eigentlich schon. Warte mal, was hab ich denn hier? Berge, die heilen, Symbole des Brun. Ja. Was? Na, ich hätte da beinahe die Agro genommen, wenn alle auf mich gegangen. Was? Die in ihren Raum sind. Kommst du? Schnell. Na, wohin? Ja, ich zu mir. Okay. Ja, bin. Du musst halt hier in der Straße laufen. Auf der Straße? Wo siehst du hier eine Straße? Ich bin auf der Straße. Wieso sind da sonst die Steine auf dem Boden? Ja, ja. Wie viele sollen die da hinten? Ist klar, Straße. Für mich ist das eine Straße. Ich muss mal aufpassen. Nicht, dass hier Autos kommen. Dann muss man da links gucken. Muss man ja auch bei den einen. Ja, was machst du da? Ey, du hast da ein paar am Arsch. Ich weiß. Es ist mir egal. Die Raucherspullen, die rennen alle in den Nahkampf. Sonst bleiben sie ja nur hinten stehen. Was ich machen würde. Damage. Bitch. Duhl. Und, wo hast du schon auf Naipos? Wen? Den, der Spin2Windfuddy. Oh. Geht z. Das nenne ich mal schön. Das freut mich ja. Es bleibt ja auch recht viel Erfahrung übrig hier. Ja, also ich krieg 1200 noch was pro Mob. Boah. Das ist... Ja, ich hab z.B. 197% Erfahrung. Uh. Was sag ich denn hier? Flammenrüstung mal hier inne? Ich war eigentlich schon fast 2 Level ab, so gesehen. Nur durch Quest. Dünn. Kann ich da einfach vorbei, ja? Einfach zu mir. Okay. Einfach lang laufen den Weg. Da kommen einiges. Sollen sie kommen. Ja gut, ich sag's ja nur, gell. Ich sag dir mal jetzt, ich werde ja Spaß haben. Und wo ich voll mit jemandem da zu zweit gemacht habe, sind wir beide komplett dicht gestorben. Die ganze Zeit. Die Mobgriffe am Anfang haben uns dort getötet. Es kann sein, dass ich gleich sterbe. Warum? Na, weil ich die Mobgriffe einfach leech, wie die Agro-Support von denen immer haben. Und die machen Aua. Und dann einen. Oh, looten. Och Mann. Kommt er mir um die Decke gelaufen? Ja. Das ist ein Schwein, oder? Auf jeden Fall. Oh, was kommt nahe? Ein Servo-Rot, oder was? Ein Wolf. Ich geh mal weiter an einen. Aber jetzt kommt der auch hier. Seit wann läuft der hier rein? Ja. Oh Mann, ey. Frag ihn mal. Hier zum Beispiel, das meine ich. Dafür brauchst du dieses Weihwasser. Für was? Ja, siehst du hier, wie langsam ich ihn. Ah, besiege die Gefängniswerte. Und das sind zwei mit dieser Debuff, wenn du kein Weihwasser hast. Ja, das Wasser aber hier sehr schön, muss ich mal sagen. Kommt nix mehr. Der da, welch der Neidboss hier? Boah. Oh Gott. Das sind vier, oder? Hast du noch nicht, hast du schon gespielt, dachte ich. Ja, aber nicht durch. Ja, aber wir sind im Gefängnis. Das kommt ja erst danach. Na, also hier sind wir gestorben. Ach, warst du hier noch gar nicht? Nein. So, ich dachte, du warst im Gefängnis. Was macht der? Ich mach dich mal auf den Endboss, wenn du den hier schon magst. Und als Tipp, wir grennen wegen Spin2Win. Äh, ich komm nicht rein. E drücken. Ja, und dann... Alter! Willst du mich verarschen? Ich bin wieder raus oder rein. Geh erstmal raus, nach hinten. Geh raus, wisch die Wand an. Ich komm hier nicht raus. Du musst sterben. Ich warte. Oh, er kommt zu dir, gut. Ja, reset es. Scheiße, Akko gezwungen. Ja, was muss ich drücken? Eins, zwei sind nur kryptische Zeichen. E, ansprechen. Und dann eins. Wow! Weil ich dachte, du weißt, wie ansprechen geht. Ja, aber das Problem ist, da steht kein Text. Bei mir auch nicht. Da steht aber so ein Symbol. Das ist schön für das Symbol. Oh ja, du wirst den Endboss lieben, wenn du den dir schon magst. Er sieht echt cool aus. Aber der hat doch bestimmt noch irgendwas. Nicht deswegen, weil er cool aussieht. Ich meine, einfach nur... Nee, ich will es spoilern. Genau, lass mal die Überraschung auch für die Zuschauer. Aber was kann der jetzt? Worauf... Fuck! Worauf achten, einfach weggehen. Du kannst deine normalen Angriffe blocken, aber nicht Angriffe, die ja von oben, so wie ich jetzt hier mache. Die kannst du nicht blocken. Okay. Und wenn er dieses macht, immer nicht an ihm stehen. Sonst kommt sowas. Ja, und warum stehst du jetzt? Nee, hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Nee, weil sonst kräftest du nicht schnell an, dass du gar nicht mehr reagieren kannst. So wird mein Zehn ungefähr in der Geschwindigkeit. Okay, lol. Oh, nee. Ich weine nicht einfach drauf hin, wenn ich verzehe von den Ertanken. Brennen! Yo! Äh. Ja, warten. Weil sonst, wie gesagt, renne ich dich an. Und das kann mich nicht ausweichen. Der unnötig Damage. Okay. Ich habe ja keinen Heiler. Nö. Das hast du gut gesehen. Alter. Nö, das ist doch nicht das, was ich meine, mein Freund. Das kommt noch. Nee, ich finde den einfach so beeindruckend, so wie er aussieht, weißt du? Denn dieses fette... Ist das eine Axt? Ich denke mal schon. Äh, das gefällt mir nicht. Geh mal weg, Alter. Hier, und immer weg gehen, Fonny. Wenn er so steht. Alter, alter! Und ich gehe auf dich wegrennen. Lass da nicht drinstehen. Das macht Helmetsch. Ich stehe doch gar nicht drin! Ja, aber ich meine nur, falls du getroffen wirst, kriegst du so ein Hardcore-Image ab. Sah echt gut aus, gerade. Das ist gar nicht froh da. Spin to win. Oh, jetzt holt er wieder Spin. Ach so, jetzt holt er wieder Spin? Alter! Ich weiß nicht, er mag dich irgendwie. Er hat immer auf dich Diagogen. Und nachher, was du auch perfekt mit 2... Wir müssten nachher beim Endbox der richtig Teamplay machen. Ach du Scheiße. Sage schon mal, ne? Richtig geiles Teamplay. Mann, warum? Leck mich. Was soll das denn? Wieso lässt sich an mein Nocturn? Und wie das Spin? Ja, aber nicht mich. Alter! Du musst immer... Es geht so nah am Rand wie möglich. Hui! Wir haben seine Maske aufgeschlagen. Das ist schön. Er will mich kaputt schlagen. Ja, er ist jetzt tot. Komm, 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 komm. Ja, er looten! Was mit ihm? Warum slidet er? Ja, weil du... Das ist wegrennen, das ist wegfliegen, ist das. Ich weiß. Hallo, ich will dich looten. Jo, sehr alt. Was ist denn mit ihm? Alter, der cheatet. So, du, heil dich mal. Ich fang schon mal an. Meine Lieblingsmob. Komm her. Wie, kein Loot von denen, oder was? Nein. Ist das ein Idiot? Ich will ja nicht spoilern. Ey, das kann doch nicht sein, dass der weggeht. Ah, guck mal, der Maul kriegt Agro von dir. Hä, willst du mich verarschen, weil ich mich geheilt habe, oder was? Aua! Ich weiß es nicht. Ist das eine Buggy-Scheiß-Instanz hier? Nein, das ist das Agro-System. Ja, Agro-System. Was für ein Agro-System. Das ist das Agro-System-Scheiße. Weil ich drei Kilometer weg stehe und einen Kürbis fresse, oder was? Mann, Mann, Mann. Echt, der Burner. Schwebt der weg, ey. Oh, ein paar Fragmente hier. Ja, die geben meistens immer zwei. Das ist gut. So, jetzt könnte es wehtun. Das ist schön. Ja, das ist wirklich schön. Aber ich lieb die Mops. Die müssen wir alle haben. Achso, die sind wohl nur ein Epsuch da, weil ein episch Modus sind hier noch normale Mops. Ja, das ist schade. Ja. Leul. Kann ich rein, nö? Doch. Naja, mach du mal. Ich warte lieber. Ja, du kannst auch rein, Mann. Alter, wie viel Sinn das, Mann. Wir können ja nicht rennen, oder sowas. Haben keine Charge. Einzige, was sie haben, ist dann. Ich meine, ich kann sterben, wenn es immer so ist. Ich kann was dann. Aber es sind meine Lieblingsmobs. Ich muss die angreifen. Hm. Oh, fuck. Oh, fuck. Und jetzt kommt man ins Gefängnis. Oh, schönen Loot hier. Den, den, den. Ja, Helden. Ich würde auch empfehlen, dass du ein bisschen weiter hinten stehst. Einfach nur, um alles in die Aufnahme zu bekommen. Und? Nicht zu sterben. Nö, das ist mir scheißegal. Ach so, ja, ja. Das ist... Ich wollte schon... Ich muss den aber besiehen. Ja, muss man. Sonst geht die Wand nicht auf. Dass du dann einfach hier stehen bleibst, wo ich jetzt stehe. Ja, ich sehe alles. Kannst machen. Wie sollst du da hinstehen? Ja, mach doch. Wo? Ja, mach doch. Meine FPS spielen verrückt. Jetzt nicht mehr. Jetzt immer noch. Yeah. Ja, die kannst du noch töten. Ach so. Du hast gesagt, bleib hier stehen. Ja, also... Ja. Oh, scheiße. Leck mir noch. Ha! Tricky! Ja, tricky. Kann man nicht umschmeißen. Geiler Trick. Hensinkante Menschen. So. Die Quest haben wir auch gleich. Noch ein von denen. Dann haben wir die auch. Und auch das Reflex-Looten-OP. Wieder ein Metall bekommen, was ich brauche. Ach stimmt, jetzt kann man auch nicht mehr essen. Geht immer. Was? Stehenbleiben. Ja. Alter. Stehenbleiben, ja? Nein, nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Ich wollte halt nur, dass du das aufnimmst. Nicht, dass du irgendwo anders flugt hättest. Die gehen ja voll ab, Alter. Na, die ehemachen sowieso. Ich mach denen null Schaden, ey. Die hauen mir aber auch ziemlich viel. Und das hier wird dauern, weil wir keinen Heiler haben. Ja. Defender-OP-OP war. Oh man, die Akku fällt, wenn man wegrennt. Ich geh mal ne Weile zurück. Liegt auch noch Loot. Aber ne, doch nur für mich. Also ich kann fressen. Ich weiß ja nicht, was du sagst, aber... Ja, weil ich die Akku hab vom Mob. Welcher Mob? Ja. Welcher Mob? Genau. Jetzt hab ich die... Och man, leck mich doch. Ich... Ich kann mich nicht heilen, wegen dem Kackpisser. Kannst du? Warte mal, was sag? Wegen diesen Kackpisser da. Diesen Scheißpisser. Kann ich mich nicht heilen, wegen dem da. Warum? Ja, weil der mich ein Visier hat. Hat die Akku. Hm. Warum kommen die nicht hier raus? Ja, kommt noch. Keine Sorge. Oh, Hunde. Wir sind die Gefängnisse, nur. What the f... Und weil ich jetzt zurückgelaufen bin, auch noch die? Ich hab sie leider getriggert. Ach, die Scheiße, wir werden sterben. Also ich auf jeden Fall. Ich lauf einfach mal, ja. Hm, danke. Ist doch nicht so, dass du Rangeschacken hast. Obwohl, geht jetzt eigentlich später, als ich gedacht. Ja, du bist ja im Normalen drin. Nicht... Na, ich trotzst du dann, die ich getroffen werde. Hier, stopp du. Aua. Ging doch. Ja. Wundert mich. Das war doch in Ordnung. Und jetzt kann ich endlich essen. Mein Fleischspieß. Ja, ja. Nein, ist so gemein. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Wie groß ist Kloster allgemein? Du leckst. Wir sind gleich durch. Ach so, gleich durch, okay, gut. Das ist keine 2 Stunden Aufnahme. Das ist gut. Leider. Aber die halten so viel aus, ey. Ja, warte mal mit dem Boss. Wenn er sein Schild aktiviert. Ich kann ihn anreden. Das ist ja auch nett. Das bringt nichts. Gut. Kannst du machen, wenn du den diesen willst? Ne, ne. Na komm, mach den Schild an. Und wenn er den Schild auslässt, bin ich happy. Und jetzt macht den an. LOL. 70 Schaden. Wow, wow, alter. Alter. Oh, der ist ja gleich tot. Oh, schön. Na, der ist tot. Ja, das Highlight kommt zum Schluss. Oh. Ja, dafür musste man jetzt eine Cutscene machen. Also, das war jetzt schon. So, wo bist du denn? Ach, du läufst schon wieder weg. Frank zu dir. Geh weg. Jetzt kommt Gedudel. Das erinnert mich an Final Fantasy. Ich verstecke mich. Das war's jetzt, nö. Nö, nö, nö. Ah, hier. Das ist die letzte Kammer. Oh. Das sieht da schön aus. Wird noch schöner. Oh, wie viele Mops hier sind. Ich weiß nicht, ob du das schöner nachher positiv oder negativ ansiehst. Ich kann nicht casten. Ist das richtig? Achso, ja. Oh, loo. Epic fail. Mal rauskicken, damit ich Big Damage bekomme. Oh, Highlight ist... Ah, gut. Die Symbole muss ich auch. Drei Stück. Boah. So, noch einen. Ach, haben wir ja. Das ist ja schön. Zwei Quests schon fertig hier. Das freut mal. Ich hab mir jetzt auch das gesehen, irgendwie. Ja, gut. Was willst du denn jetzt eigentlich machen? Außer Ruf haben? Chimera klatschen. Das ist auch noch eine Quests. Aber auch die letzte auf der Spiel. Achso, na, das ist ja schlecht. Nur weil du es wegen mir ja nicht abzugeben. Weil ich ja kein Level abkomme. Ich kicke zu Erfahrungspunkten. Da warte ich aber lieber bis zum Content-Update. Ja, und dann bist du gleich Level ab. Ja. Ja, hast recht. Da hast du recht. Hab da fast so nach... Aber ich glaube, es geht nur für ein Level. Da hast du recht. Halt da mit. Brennt. In der Hölle von zu haken, Alter. Auf du? Auf du, ja. So viel muss da hin. Ja, das ist natürlich schlecht, wahr? Also, ich weiß ja nicht, wie viele gibt es jetzt auf dem High-Level-Stand. Siehst du bestimmt einige, oder? Sehr viele schon. Ja, ich glaube, die warten auch nur noch. Ich habe schon insgesamt viele gesehen, aber im PvP-Gebiet ist ganz meistens, ähm, zwischen 2 bis 8, mit, ein Trolle da, mit 1. Ja, ja. Und zwischen 20 bis 60 Yetis. Dann gibt es dann noch PvP-Evente 2 Stunden, also Krieg gegen 2 Fraktionen. Dann heißt es meistens, sieben Spieler gegen 60. Und alle sind, äh, Yeti. Und alles ist so Yeti. Yeti gewinnt auch jedes Mal, weil die Gewinner kriegen ja auch immer mehr Marken und alles. Ja. Und ja. Aber trotzdem, ist schon ein bisschen unfair, so sieben gegen 60. Die sieht da vorne aus, vom Weiten, wie so ein Dervish. Von Guild Wars. Aber muss, muss ich mal von Nahen angucken, dann. Wenn das geht, überhaupt. Kannst du. Ohne, dass sie mich one-hitted. Äh, nö. Du kennst doch noch, Asielis, kennst du noch? Hm. Ich hab schon gekloppt. Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Die Samen vom See. Oh, weee. Die Frau im Wasser. Mann. Die Frau im Wasser? Ja. Ariel, oder was? Die, als ich einfach one-hitted. Weil, es ist aber eine Quest noch. Der später wirklich einfach nur one-hitted. Weißt du, du bist so, äh, läufst einfach so rum, ne? La, 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 la. Wenn du jetzt die Questen, du bist gestunt. Du weißt nicht, von wo. Okay. Hier kann der Mensch abbohren. Das ist nett. Das war bei mir so. Ich hab dich bemerkt. Was ich bei dir eigentlich machen muss, die Aguas im Kreis drehen. Also um sie rumlaufen. Nee, ist das eigentlich nicht. So, jetzt. Endgegner, ja? Ist das? Sankt. Mirin. Könnte aber dauern. Ja, gut. Das. Hier, sie hat Machtkreise. Weil sie schießt immer irgendwas ab. Okay. Soll dich halt nicht treffen. Hö, hö. Die geht eigentlich auch ziemlich schnell. Kann hier noch irgendwas Besonderes? Das will ich nicht spoilern. Achso, gut. Okay. Weil das ist doch das, was ich spoilern wollte. Okay, dann spoilern ich. Oh. Schild. Aufpassen, nein. Schild. Sehr gefährlich. Oh. Bam. Ja, und sie kann sich teleportieren. Okay, na gut. Mach damage, wenn du drin stehst. Gleich ist es soweit. Haha, jihau. Jetzt ist es soweit. Hui. Kommst du bitte zu mir? Oder steht einfach hinter mir irgendwie so? Da stehen bleibt. Wächter Nightwood, bitte komm und schütze mich. Hallo? Ach, nicht. Ach, er hier. Jetzt kann er laufen, oder was? Gegen beide? Der Wächter, ne? Der dreht sich jetzt ungefähr zwischen 30 bis 45 Sekunden jedes Mal. Alter, hat der einen Arsch auf ihm, oder was? Mache, du musst den Boss angreifen und ich muss ihn weglocken. Du musst ja einfach mal den Boss killen. Dann ist es halt, der dreht sich jetzt die ganze Zeit so lange. Ich soll den Boss killen? Hast du ein Ding weg? Ich muss, einer muss ihn weglocken, der andere muss den Boss angreifen. Da ich jetzt die Akku habe, das meine ich teleportiert bei mir. Oh, Schlampe. Dann sind sie jetzt wieder weg. Jetzt sind sie hinter mir. Hallo? Sie sind wieder weg. Ja. Oh, jetzt ist er erschöpft, der Pisser, oder was? Ja, du könntest beide gesehen töten, ne? Hm, ich könnte es aber auch sein lassen. Ja, ich sag's mir so. Ich habe 18 Mal Epic Run hier gemacht in dem Dungeon. Du brauchst die Seele vom Western Night Puss. Ich habe sie nicht einmal bekommen. Ich glaube, man muss ihn wirklich töten. Den Typen? Ja, den Typen. Oh, fuck. Man braucht so lange. Ja, was willst du? Die hat ein Schild. Ich mache kaum Schaden. Was willst du? Was ich will? Dass du die in mein Damage reindrückst. Ja. Ja, warte, ich mache den Schild weg, okay? Pass auf. Und der dreht schon wieder. Na, pass auf. Der perfekte Rasenmäher, Alter. Ohne Scheiße. Au, hat er die alte? Hat er die alte getroffen? Ja. Boah, wo geht man? Du musst es später sowieso machen. Wenn man die schnell genug tötet, wann, ne. Beschwimmt der ein Schild, das man nicht kaputt machen kann. Machst du nur Damage. Muss er dann kaputt machen. Mit deinem Spin. Cool. Das ist echt cool. Ach du Scheiße. Alter. Kriegst du aber auch... Oh, gut, Schaden. So ist es heute. Der Dunst ist da nur 5 Level höher wie mein Level. Hab ich's wieder erwarten. Du meinst Niedriger. Zu wen spinnt der jetzt? Am Lampbecken. Einfach im Kreisrennen die ganze Zeit. So nicht treffen lassen. Ja, und so ein Ball kommt noch. Geil. Spin to win. Wo ist er denn? Hinter dir. Ey, Rasenmäher, Mann. Komm her. Bäm. Bäm. Oh, wo ist sie? Dann machen wir ihn wieder so kaputt. Jetzt was schön fühlen. Arm. Pff. Episch. Ha, ha, ha. Wo bist du? Ach da. Hinter dir. Hui. Schlampe. Das war knapp. Pff. Wir wollen mal hoch rein. Ha, beide gehen auf dich. Ja, das ist schön. Los, spin, Mann. Spin die alte Tod. Komm her hier. Bäm. Du rennst eh rein, oder? Ja, Mann. Spinnt der jetzt wieder? Jo. Spin to win. Sehr in Ruf aufpassen. Ich komme mit denen an. Das ist ja süß. Jetzt musst du sie mit dem Spiel treffen. Ja, gut. Wo ist die alte? Da hinten. Auf der anderen Seite. Schaffst du nicht mehr mit dieser Runde. Ne. Ja. Jetzt hat dich so ein Verwundbarung. Kannst du dich beim Arsch wangen. Scheiße. Negiert immer dann. Negiert, negiert. Negiert. Ach ja, wo ist das erste Mal hier, Mann? Einer der ersten. Keiner weiß, wie der funktioniert. Drei Stunden gebraucht, hier zu sein. Und dann nicht gepackt. Soll deprimieren. Ja, das kann ich mal. Oh. Er spinnt sich. Ja, aber ich frag mich eigentlich, wie Olle mal kommt. Anstatt man da hinten steht zu. Kannst du dir vorstellen. In der Wand reinpullen und entkommen ist nicht gerade einfach dann. Weil du ja treffen musst. Scheiße. Dings. Bam, 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 bam. Du. Weißt du, in der englischen Version noch, wo ich da gespielt habe. Ich will protect you. Ja? Hast du leider nicht mehr erlebt. Das riecht geil. Warte auf, ganz weg. Weg, 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 weg. Huuu. Cool ist ja, äh, Knight sagt ja, ich werde dich beschützen. Aber krank dich selbst die ganze Zeit an. Na gut, okay. Er ist ja auch doof. Also, das... Das wird so erwarten bei so einem. Guck dir, wie der unten ist. Der Troll. Und sie macht wieder einen schönen Unverwundermacht. Och, nö. Ja, meine ich ja, wenn man... Baut halt zu zweit. Aber ist doch auch cool. Hehehe. Bam. Ich bin ein kleines Kind, ey. Aber... Wo ist sie? Ach da. Bei mir. Aua. Aua, Aua, Aua. Friss Feuerball, Alter. Oh, das stimmt wieder. Machst du wieder einen Schild? Ne, ne? Ja. Ja. Oh, schade. Die hat nur noch so wenig. Und er fängt sich los, da sag ich. Scheiße. Oh. Oh, sie hinrufen. Nein. Soll ich dich ärgern? Du musst jetzt drei Minuten überleben, oder wir müssen den Boss von vorne kloppen. Am Arsch. Ich überlebe lieber. Drei Minuten, oder wir müssen den Boss von vorne kloppen. Nein, ich überlebe drei Minuten. Aufschmal. Ich würde doch nicht schon wieder von vorne machen, habe ich nichts zu tun, oder was? Ja, die resert das halt. Komm, spin dich, Alter. Ich bin alleine kaputt. Ich habe einen Fehler gemacht und so mein Tod. Komm, spin dich, Mann. Ich habe mir zu Kekse. Ich habe auch keine mehr. Oh, mein Problem. Ich finde, die mir 90 Kisten croften, aber auch keine Kekse. Ja, ich höre über dich. Ich glaube, man einfach hier rechts durch die Tür gehen kann. Ach, der geht mir schon ein bisschen auf den Sack, Alter. Ja, und jetzt muss ich warten, bis der Mob eine Runde gelaufen ist. Sonst ziehe ich Anruf. Ich halte mich mal, dass es noch Zeit ist. Ach ja, jetzt hätte ich sie mal treffen können. Ach, jetzt macht die wieder ihr Schwulschild, Alter. Ja, bin er bald da. Kick mir noch 10 Minuten. Ja, jetzt bin er eh. Er macht eh das Schild weg. Von der alten. Da freut er sich. Klar. Sieht lustig aus. Den Gamer sich freuen. Er ist so ein Chase-Gamer-Giel und jetzt sowas. Das Gamer-Lachen. Was für was zuerst? Ich habe Hunger. Ja, ja, klar. Warte, ich gehe schnell in meine Küche. Na los, dreh dich. Ich denke, wenn man wirklich irgendwann mal, dass man sowas abbrunten wird, dass man irgendwie so Sachen hin und her teleportieren kann. Das wär's ja. Kann ja sein. Das kann doch sein. Ach, du bist ja wieder da. Nein, bin ich nicht. Sieht nur so aus. Das ist mein Geist. Ist der Geist. Oh, 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 oh. Los, Hause weg, Alter. Baseball, damn. Jetzt bist du tot. Ja, ach Gott. Ich sag tot, die teleportiert sich. Komm, mach doch mal den Last-Z. Warte. Zeig deinen Skill. Nee. Nee. Nee, mach tot, Mann. Ich muss schon mal den Schritt drücken. Ist egal, töte die jetzt, Bitch. Nee, die ist bei dir. Mann, Alter. Ja, die teleportiert sich wie ein Affe. Aua! Mach die jetzt tot, danke. Ui. Loot. Yeah. Boah, die gibt's hier nur scheiße. Okay. Gut. Super. Das war's. Nein, noch nicht. War noch nicht. Alles. Oh. Okay. Schau dir sie an. Von der Größe her. Jetzt gehen wir in ihr Zimmer. Oh, in ihr Zimmer. Oh, ne Truhe. Oh, ne, ich grad sagen, hier ist immer eine Truhe. In Epic-Plosters sind da Rezepte drinne für die Steffwaffe vom Spiel. Und ja, das war's. Was ist das? Kristall. Gar nichts. Das ist doch schön. Ja, das war's jetzt, oder was? Das war's. Keine Endsequenz, gar nichts. Oh, schade. Wir sind durch. Gut. Dann, ja, war recht lange. Ah, ja, was heißt recht lange? Also, es war zu zweit. Zu zweit war gut. Und, ja, wir sehen uns zum nächsten Part mal gucken, wie wir weiter levelen, ob Content kommt oder nicht. Ob Siren Ruf seinen Ruf bekommt. Heute noch auf jeden Fall. Ja. Und dann werden wir ihn sehen mit dem, ja, Fraktionswolf. Gell? Ja, mit dem Wolf halt. Weiß auch nicht, ob man hier jetzt hin soll. Genau. Und, ja, das war's. Siren Ruf und zu Haken verabschieden sich. Bis die Tage. Tschüssi.